hinter dir ist auch noch kleidung so freunde das kann ich das ding nicht hier auf da braucht er voll viel platz das ding heftig ich bin so voll nervt nicht striker das geht einem voll auf den sack ich kann ja einfach durch dich durch war hatte die ich glaube ich so mehr habe ich nicht bricks das sind wahrscheinlich keine munition nein wenn man es genau nimmt nicht so tja und jetzt das auto und einen trecker da fahren wir irgendwo war der traktor passt ja voll zu mir wie langsam der ist wollen wir nicht zum hafen fahren das war das denn freunde alter wie langsam das ding bei dem voll die kolonne hier bis dahin ja nicht mehr fährt das war das ich habe ich habe das war Na, geil, Freunde, das ist so lustig, zu überfahren. Was hab ich denn nicht getroffen? Was kommt denn mit seinem scheiß kleinen Ding, ey? Ah, was macht er auf meinem Dach? Warm, Freunde. Einmal hier runterfahren, bitte. Bam, ey, oh mein Gott. So, Freunde. Oh, verdammt, ich treff die nicht, ich geh kaputt, ey. Geht's? Geht's? Warte. Wow. Wauwisch, mit der Kettensäge, ey, heftig, ey. Oh mein Gott, der ist auch tot, ich geh kaputt. Nein, jetzt hat er sich, ja, jetzt hat er sich kein Bett gemacht, ey. Oh, oh, oh. Ich hab gesagt, er soll aufpassen. Ja, das Böse, wir können jetzt nicht alles hier einsammeln, dann muss er jetzt irgendwie hinkommen. Aber er kann auch hier spawnen zu uns. Schreibt, schreibt ihm das mal. Was ist der denn überhaupt, Freunde? Dann gucken wir mal kurz in die Karte. Ähm. Wo ist der, wo ist der, der ist hier vorne, ey. Ja, das wird jetzt nämlich das Problem sein. Wie ging das nochmal? Ah, ja, 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 ja. Ha, das ist abgeschlossen. Slash? Ja, find mal Slash hier auf der Tastatur, ey, auf der englischen, ey. Gucken wir mal, wo wir es finden. Wo ist denn Slash hier auf der Tastatur, ey? Ah, das wird jetzt lustig, ey. Minus. Auf Minus. Okay. So, Minus, Freunde. Äh. Was muss ich nochmal schreiben? TPA akzept. So, TPA. Slash. TPA. Leerzeichen. Accept. Accept. Ha, läuft doch. Ah. Oh. Du Selbstmordattentäter, sammeln erst mal deine ganzen Sachen ein. Und Doc kann hier mal ein paar Sachen, glaube ich, rausstricken, ey. Aus den Sachen. Shit, ey. Ich geh schon mal voran. Äh, kein Platsch, what the fuck? Ja, du musst den Rucksack aufnehmen, der da liegt. Und dein, dein Bett hier. Wo, lass uns mal hier alle das Bett aufschlagen, oder? Wäre besser, Joachim. Von mir aus direkt am Strand, ist ja egal wo. So, Freunde. Oh, das ist was anderes. Was hab ich denn da gerade gegessen? Ich hab zwei Betten, den fehlt denn ein. Mir. Man. So. Ich mach das hier direkt. Gut. Ja, dann wollen wir mal kurz gucken, was da abgeht. So, wer hat mir jetzt noch kein rotes Schöpferd? Keine Ahnung. Ich hab nur noch 31% Leben. Hat jeder von euch jetzt einen rotes Schöpferd? Wie sieht man das denn? Ja, ich hab... Ja, da... Also, ich hab auch einen. Immer mit klar. Naja, so... So rot sieht man das... So rot sieht das gar nicht aus, find ich. So, jetzt hab ich 100%. So, wir haben hier nur einen Fall nur noch. Ja, kann man das Boot da hinten fahren? Wahrscheinlich nicht. Wer hat denn das? Das sieht so aus, als wäre es fahrbar. Ja, so viel brauchst du von denen gar nicht. Lieber von... Lieber von den Verbänden. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen, worauf ich das klasse. Aber wir haben ein Auto, einen Quadrat und einen Tracker. Was willst du denn noch? Ich brauch Tank. Wir brauchen keinen Tank. Wir müssen eh rüber schwimmen. Von daher ist es egal. Wir müssen eh schwimmen. Von daher ist es doch egal. Ja. Wie können wir denn die Autos abschließen? Weil manche sind auch einfach abgeschlossen, manche Autos. Ja, dann komm her. Ich zeig dir das schnell. Bevor wir jetzt da lang gehen. Da, unser Traktor. Das ist nicht die Safe Zone? Nein, die wollen uns verarschen. Da steht, dass es die Safe Zone ist. So, das ist jetzt gelockt. Für uns ist es nicht offen. Weil wir in einem Team sind. In der U-Fig-Gruppe. Hä, aber wie hast du das denn gelockt? Ins Inventar gehen. Und dann steht da die Plätze und locken. Aha. Wahrscheinlich kriegst du das eh nicht hin. Das steht da auch. Passt schon, jetzt ist es gelockt. Das heißt, wenn wir Glück haben, steht das dann auch. Boah, mit der Kettensäge, dann machst du alles platt, ey. Geh vor. Da hätte auch einer haben können, da liegt eine. Boah, der Dock hat die doch mitgenommen. Oder nicht, der Dock hat die doch mitgenommen. Oh, das ist krank, das Teil. Texas Chainsaw Massacre. Nein, Mann, Unturned, Massacre. Hier liegt eine Weste. Hallo, eine Weste hier. Das ist ein Titel fürs Video. Boost. Texas Chainsaw Massacre. Äh, ja, aber was ist jetzt mit der Kettensäge? Wer hat denn die zweite, der nicht benutzt? Ich hab die benutzt. Ja, dann benutzt die doch. Ich hab die gecraftet. Echt? Was? Boah, das ist der Hammer, Freunde, ey. Ich muss ja gar nichts mehr machen, ey. Mit der Kettensäge, das geht ja so ab, ey. Heftig, ey. Das ist doch, Freunde. Ja, hier ist nochmal ein Bett. Da hab ich jetzt einfach Claim drauf gedrückt. Hä? Was? Ja, hier war so ein Bett. Da hab ich einfach drauf gedrückt jetzt. Hier ist ein Bett. Da hab ich Claim drauf gedrückt. Denn jetzt ist das Bett meins hier vorne. Das ist aber nicht so gut, weil... Dann... Nein. Meinst du, dass ich dann hier Spawner direkt in der Garten... Oder was meinst du? Ja, entweder Spawns hier oder Spawns dahin. Oder du Spawns irgendwo anders. Weil Anteil damit überfordert ist. Hm. Na, das ist natürlich blöd. Jetzt will ich nicht nochmal da hinlaufen. Ich hoffe dann, dass das Bett da bleibt. Du kannst ja einfach hier das hier... Du kannst ja das hier einfach wieder nicht Claimen. Also einfach aufdrücken. Und dann bin ich... Dann bin ich beim anderen Claimed, oder was? Ja. Eigentlich schon. Okay. Sonst, warte, warte, warte. Ich geh da jetzt nochmal gucken, dass ich hat selber. Ja, mach, mach. Ich bin nicht so weit. Bleib du mal da. Ja, wir hauen ja alles zu Klump. Komm, Striker. Ich bin auf dem Weg. Anton, change the Mastercard, oder was? Ja, ja, mach du mal. Trotzdem treten die mich, das checken. Ja, ich glaube, du gehst zu offensiv daran. Du musst mehr so rückwärts gehen, höchstwahrscheinlich. Hab ich versucht. Hat auch geklappt. Wow, 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 wow. Das wird jetzt so... Das wird jetzt so krass, Freunde. Heftig, schäftig, ey. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow Oh, 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 wow, da kommen voll viele, wo kommen die denn her? Wow, läuft, Alter, läuft! Shit! Na, wieder typisch. Mann, ich krieg zu viel, ey. Wow, das war knapp. 20 Prozent, oder? Geh mal, dass du dein Bett schläfst. Das ist nicht mehr geclamed. Geh mal, gehst du richtig zu dein Bett. Warum? Das ist nicht mehr geclamed. So. Jetzt muss ich noch da hinten laufen, Freunde. Da habe ich mir nämlich schon irgendwie gedacht, dass es nicht mehr geclamed ist. Oh, der X-Strike hat das verpasst irgendwie. Kommt, TPA. Schreiben wir den mal. Der X-Strike, der ist so blöd. Der hat es nicht geclamed sein Bett. Ja, der X-Strike hat TPA, äh, TPA sein, äh, sein Bett nicht geclamed. Der ist so blöd. Also, beide von euch sind nicht geclamed gewesen. Ich weiß nicht, wieso. Ja, das habe ich gerade gesehen. Deswegen, äh, ja, ist er nicht mehr hier gewesen. Aber jetzt manchmal habe ich englische Tastatur, manchmal deutsche. Das check ich nicht. Du hast dein scheiß Bett nicht geclamed. Wo ist der hin, ey? Boah, ich bin fast am verdursten, sehe ich gerade. Sieben Prozent und 17 Essen. Wo ist der denn? Warum hat das nicht funktioniert? Wir müssen mehr essen, craften und alles drum und dran. Das wird hier zu knapp alles. So, essen habe ich nämlich gar nichts mehr. Hey, cool. Was können wir anpflanzen für, äh, trinken? Kartoffeln oder was? Die Pflanzen hier geben alle auch trinken dazu. Ah, sehr gut. Oh, toll. Jetzt muss er 600 Sekunden warten, ey. Wie dreckig ist das denn, weil es nicht funktioniert hat, oder was? Fischi, Fischi, komm, fangen wir mal ein paar Fische an. Dann, dann, dann soll er, äh, sich umbringen lassen und versuchen hier zu spawnen irgendwann in der Nähe. Was ist der denn, Freunde? Oh mein Gott. Hi, 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 Freunde, wie lange braucht das, wie lange braucht das dann zum Wachsen? Der meint das Campfire hier hin. Ja. Wie lange braucht das denn zum Wachsen, dieses Zeug hier? Das dauert länger als weil ich fisch, auf jeden Fall. Wahrscheinlich bin ich schon verhungert bis dahin. Ja, aber ich fisch ja gerade. Warum bist du nicht verhungert? Ja, 10% noch. Wie viel Prozent darfst du noch? Essen und trinken? Ja, 56 habe ich noch genug, aber essen, das wird ein bisschen knapp. So, Freunde, dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge von Unturned wieder. Er wird jetzt noch ein bisschen fischen, das wird dauern, deswegen werden wir jetzt erstmal hier einen Schlussstrich ziehen und bis zum nächsten Mal. Zu Risiken und Nebenwirkungen auf diesem Kanal, lesen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie Jopik oder Cortana.